Da seid ihr ja wieder neugierig, was heute hinterm Kläppchen ist. Nie war warten aufs Küsskind so schön. Der rotarische Weihnachtskalender aus Emstetten, der Hammer. Und Klappe, die nächste. Lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freuen. Lustig, lustig, tralalalala, bald ist Micky Krause wieder da. Bald ist Micky Krause wieder da. Ja, schönen guten Tag. Auch ich bin Teil des Adventskalenders des RCM's Dettun. Und auch ich packe natürlich ein Geschenk in die Lostrommel. Und zwar einen Gutschein im Wert von 125 Euro von Amazon. Zu deutsch Amazon. In Holland Amazon Gutschein. Also viel Spaß und viel Glück. Und vor allen Dingen frohe Weihnachten wünscht Micky Krause. Frohes Fest Budapest. Also mitmachen und dabei sein. Und mit etwas Glück einen der 24 tollen Preise gewinnen. Einfach auf unser rotarisches Treuhankonto überweisen. Und sie sind dabei. Und das Gute. 100% der Spenden kommen an. Zum einen für unser Hospiz Haus Hanna in Emstetten. Und zum zweiten für unser Mokuru Projekt in Afrika. Gutes tun. Dabei sein. Die Welt ein bisschen besser machen. Danke.